Taffies, was glaubt ihr, haben die gekostet? Ups. Was haben die denn gekostet? Zurzeit sind Gurken ziemlich teuer und gehen deswegen auch im Netz so ein bisschen rum. 2,50 Euro, das Stück. Also es waren gerade 5 Euro für zwei Gurken. Und da stellt sich eine Frage. Ist das nur knuspriges Wasser? Die bestehen ja zu 97% aus Wasser. Deshalb könnte man meinen, ist schon ein bisschen pricey. Aber Gurken haben sehr viel Vitamin A, C, Kalium und Eisen. Also es ist nicht ganz umsonst. Nicht ganz umsonst? Ich meine, Hochzeit für Gurken ist ja eigentlich im Sommer. Das heißt, im Sommer sind die bestimmt wieder günstiger. Hoffentlich. Hoffentlich. Auf die Gurken. Au. Kinder, Schluss jetzt. Mahlzeit. Gutes Kind. Und schmeckt's? Gurken.